Willkommen zurück zu einer weiteren Folge YouTuber Slave 1 auf meinem Kanal und ich würde sagen wo sind wir stehen geblieben? Entschuldigung ich musste niesen der kam ganz unerwartet das kribbelt im Körper hier Pippidi Pippidi Pipp 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 wollen wir aufnehmen das da zeig mal ja Grillkäse oder Pizza was gibt es bei mir heute eigentlich Nudel Brokkoli Auflauf China Nudeln oder einfach nur Schnitte mit Gurke und Ei was schauen mit dir möchte ich jetzt nicht reden ich möchte meinen Kurs gerne mal weiter fortsetzen hier die letzte Folge ging leider ein bisschen zu lang oder was heißt leider sie ging zu lang weil ich nicht auf die Zeit geachtet habe kommt vor wenn man so richtig schön im Spiel vertieft ist habe ich eigentlich schon mal gesagt dass ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben könnt der ist wichtig für den YouTube Algorithmus wenn ihr wollt dass ich die Facecam dazu an mache in diesem Spiel dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben und ich starte nochmal den Aufruf wenn ihr wollt dass ich das Gameplay YouTube Leben aufgeben und lieber neu anfangen für Koch oder Verkleidung also hier wie nennt man das wenn man sich verkleidet Cosplay oder keine Ahnung was es noch alles gibt dann schreibt es in die Kommentare wir sind jetzt bei einem da haben wir alles noch fortgeschritten noch geil wir machen einmal das hier scheiß drauf die 120 haben wir noch gehen wir dann ein paar mal arbeiten dann haben wir es wieder drinnen das pausieren wir jetzt mal kurz wir bewerten die Kommentare und machen dann ein Nickerchen und dann studieren wir weiter ja spieler ich muss sowieso arbeiten passt doch kommt auf jeden Alter 4.000 Abonnenten krieg dazu ich wusste es bewerten und so weiter das muss ich regelmäßig machen Kurs abgeschlossen dann arbeiten los und danach keine Ahnung kann ich nicht arbeiten aber jetzt gleich wir gehen hungrig arbeiten nein wir essen was und zwar ein Hotdog Hotdog könnte ich immer wieder essen so richtig schön amerikanisch mit Sauerkraut oder so ja wie es die Deutschen machen mit Röstzwiebeln Gürkchen Senf Ketchup oooooh da läuft mir das Wasser im Mund zusammen PSP wird eingestellt ok die behalten wir aber da oben geben wir nicht ab so so dann gehen wir mal eine Runde schlafen würde ich sagen so und dann kaufen wir uns ein neues Spiel und nach dem Spiel nehmen wir auf würde ich sagen den Spiel nehmen wir mal wir reden nicht wir haben keine Lust zu reden hier genau wir machen ein Pipp wird mal wieder Zeit Nachricht. Hallo ihr Hübschne. Okay, kommt gut an. Nice, nice. Ich möchte gerne das Spiel haben. So. Das ist das Neue. Wir nehmen als erstes ein Preview auf. Ist klar. Aufnahme starten. Ähm. Das da. Okay, dunkel und grün haben wir hier. Machen wir direkt, instant. Da haben wir nur noch das da. Okay. Alles andere haben wir ja schon. Ähm. Das da. Ich brauche da noch drei Punkte. Hau mal hier. Okay, 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 okay. Jetzt brauche ich auf jeden Fall grün. Ähm. Dann nehmen wir das hier. Und jetzt kein grün. Nehmen wir das da. Und zum Abschluss nehmen wir das da. Ähm. Runter. 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 Das. 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 Ja. Das und das. Monatliche Kosten sind wieder weggegangen. Okay. Ähm. Was essen? Oh, essen kaufen. Sättigung. Ähm. Sättigung. So. Sandwich essen. Und noch ein Sandwich essen. So. Das wird hochgeladen. Dann können wir uns nochmal schlafen legen. Dann sind wir volle Möhre aufgetankt. Und jetzt reden wir drauf, oder? Kommentare moderieren... Mach mal. Und das Video bewerten. spinner. Los- Alter, hier vorne. Pfiffe. Phew. Ne Cela. so kurse dauern mittlerweile sechs tage lecko mio ach du heimatland ja zock ruhig eine runde darfst du gerne mache ich muss bestimmt die kurse alle abschließen damit ich ja mehr zeug bekomme da was ist was ich habe noch 400 kröten was ist jetzt hier los ich krieg für das kind ticket 120 kostet das holi ich muss erst mal pausieren und arbeiten gehen ich brauche tatsächlich geld gerade das als youtuber mit so guten einnahmen nicht gut aber da ich ja hier arbeiten muss passt das zwei von drei haben wir gleich arbeiten und das da hier gab es auch schon lange nichts mehr an talent punkt fordert level 26 okay wie kann ich weitere level aufsteigen das weiß ich nicht voll creepy gerade hier hier gibt es charakter punkte ja komm dann holen wir uns mal neues spiel schlafen amazing katan schlafen ich liebe aber dein zimmer sieht so leer aus ich habe ein paar sammler objekte die gut ja kommen nö mal an also warum nicht ich frag mich was passiert wenn ich jetzt bei eben so ein ding das komplett voll machen mit videos und das werden wir diesen katan jetzt auch mal in den nächsten folgen machen einfach so weil wir es können braun grün beides oder nur eins wir nehmen das da keine ahnung was das für eine funktion war das da ich glaube das war charisma das da das da die vier also ist da müsste bei sieben bleiben tatsächlich sagt sage ich ja das immer recht gut dabei das da nehmen das da und das da haben wir auf jeden fall ist full so 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 ja jetzt haben wir nur noch das jetzt auswahl das 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 rendern hochladen und wir nehmen davon jetzt auch gleich das erste gameplay auf so so auch vorher erst mal was würde ich sagen dann haben wir noch schnell im clip nachricht nachricht so so die schrei ei 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 schießt die in die höhe so Ehm, William Duster. Ehm, William Duster. William Duster. Ehm, William Duster. Dann nehmen wir das da. Oh, 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 das gab ein Minus. Wir nehmen das da einmal. Machen wir das voll. Jetzt fehlt nur noch das grüne. Machen wir voll. So, ähm, wir nehmen das. Geht nicht. Ich kann nur die hier nehmen. Warum? Ach, weil Energie fehlt. Lol. Okay. Okay. So, das, das. Dann sind die unten also da. Dann ist es oben also da. Dann ist es wieder unten. Dann nehmen wir das. 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 Und das. 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 Und wir nehmen einmal das Scheiß drauf. Akzeptieren. So, schlafen. Oh. 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 Bewerben. Hier. Kommentare moderieren. Kommentare moderieren. Doch. Kommt nicht auch. Kommt nicht auch irgendwann nochmal, ähm, Dingsbums? Ähm, hier ist ein Event. Ich glaube, oder? Äh, wir müssen, äh, mal zu einem Event gehen. Hm. Wir müssen tatsächlich mal zu einem Event gehen. Wir sind bei 22%, da hören wir erstmal schnell auf. Wow. 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 Oh. Nice. Äh, dann machen wir schnell diese hier. Ich starte doch Content hoch ohne Ende. Ist nicht mehr normal, ey. Ja, probier was aus. Äh, hier. Äh, Aufnahmestart, ne. Ich will das jetzt mal, Leute, wirklich alle die Reihe komplett voll haben. Mal gucken, was dann passiert. Wir nehmen das da wieder. Ähm... Das da. Das da. Das da. Das da. Ähm... Ich bräuchte rein theoretisch noch drei grünen. Die haben wir hier. Ähm... Und wir nehmen das da. So... 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 Die sind unten. Und... So... 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 Fertig. So... 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 Lass da. Ah, 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 ah. So. Und so. Yo. Dann werden wir das zu Hause mal bearbeiten, würde ich sagen. Dann gucken wir uns doch mal den Film an. So, ich muss so kurz eine Nachricht schreiben an meine Kinder. Äh, so. Vorspulen kann man das hier ja wieder nicht. Ich kann hier gar nichts machen, interessant. Ach so, haha. Ich möchte mich vielleicht mal hinsetzen. Ja, gleich verschwindet der Ton wieder. Ich weiß nicht, warum im Kino ist es immer laut. Ja, 233.000 Abonnenten. Warum habe ich im Real Life nicht so viel auf meinem YouTube-Channel? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben? Das würde mich mal interessieren. Ah. Okay. So. Dann machen wir das hier. Es gibt den ersten Vlog. So. So. Weiter. Bin ich mal gespannt. Ähm. So. 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 So... 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 Oha... Nice, nice! Nice, nice, nice! Und Kurs fortsetzen! Den werde ich aber offscreen zu Ende lesen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Eingrhythmus. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genieß den Tag und Bye Bye!